Schöner Weihnachtsbaum, hier Rathaus, schöner Markt, jeder hat gute Laune, Schweizer Stand von meinem Kumpel, verkaufte Käse, hier sieht man Rad, das sieht man hier, der Londoner Bus, wow, oh oh, jawoll, die grünen sind deine Bretter, das ist unfassbar, hier ist ein bisschen, ja, der Z Immerstock ist, ja, der Z Immerstock ist, ja, auf die grünen sind deine Bretter, da werden die Stein, oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, ich wünsche euch einen sehr froh Christmas, hier sitzt doch alleine der Arme, oh oh, schön beleuchtet well decorated hier in Göttingen so schön wow für die Kinder so eine schöne Dekoration an dieser Stelle möchte ich ganz herzlich bei alle meine Freunde bedanken die an mich gedacht haben die mich eingeladen haben zu Weihnachten Weihnachten ist ein Familienmensch das Familienfest das kann man nicht überall auftauchen aber wie gesagt es ist eine sehr gute Dekoration hier sehr glücklich Merry Christmas und ja das ist Villa Kuba mit in der Stadt das kann man schön essen trinken und das Cola Bier genießen das ist mein Lieblingsrestaurant einer meines mit natürlich Indienhaus auch da kann man leckeres Indisch essen und natürlich hier ist Nova Phone von meinem besten Kumpel hier könnte man Handy reparieren lassen schöne Höhle kaufen das ist echt richtig schön hier auf jeden Fall eine gute Adresse für Handy-Rapparatur Handy-Höhle zu kaufen Panzerglas zu kaufen mit in der Stadt in Göte mit in der Stadt in Göte Co-artist natürlich my lovely parents my family members from India and my German fans and and naturally Prasanth also so wish you a very happy time in your life stay blessed and was ich eigentlich hier sagen wollte durch diese Video-Botschaft dass Weihnachten ist ein Familienfest natürlich für Kinder ist natürlich viel schöner dass man zum Beispiel da mal Geschenke bekommt aber man soll einfach das verstehen dass Weihnachten ist ein Familienfest das kommen die Familie zusammen die essen zusammen von mir aus können sie Weihnachten mal gehen und Bratwurst essen Glühwein trinken und so weiter und so fort aber zusammen sein ist das Wichtigste überhaupt und müssen die Kinder langsamer verstehen warum Weihnachten gefeiert wird wegen Jesus Christus ich bin eigentlich aus Hindu also ich komme aus Indien und ich bin der ich glaube an alle Religionen ich respektiere alle Religionen ich respektiere alle Menschen aber Weihnachten muss man auch irgendwann mal verstehen können warum man das feiert Familie Zusammenhalt und das ist das A und O und Gesundheit ist das Wichtigste bleib gesund und Saki ich freue mich auf dich Mensch ich komme das morgen vorbei und Dankeschön Indienhaus Dankeschön Vodafone Dankeschön alle meine Freunde ich kann nicht einen Namen erwähnen die mir in meinen schlechten Zeiten mir unterstützt haben und ich bin auch natürlich bei euch auch da wenn ihr mich braucht Prashanti ist immer da für euch Bleib gesund stay blessed I love you all und fraternity ich bin auch eigentlich in der fraternity in London in Amerika I just want to tell you all people all the best bleib gesund stay blessed this is your Pashant Atake